Lol, jetzt einfach rein. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Wieso? Oh Gott. Oder Segel wieder so aufgetaucht ist. Ja, jetzt kann ich nichts abwarten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Adventure Map Das Dorf. Wir sind hier jetzt gerade in der Kirsche, haben jetzt hier oben die Kiste geholt. Und wo müssen wir jetzt hin? Zu der Brücke, ne? Jo. Ach, du bist ja auch schon wieder dabei. Nö. Das ist nur mein Charakter, ich spreche eigentlich nur. Achso. Das ist ein anderer Spieler, ne, wofür er sich spielt. Genau. Wir hätten vielleicht lieber mal pennen. Ih, da ist ein Baby-Zombie. Schlag doch keine Kinder, ey. Das ist doch vollassig. Schlag gerne kleine Kinder. Ja, super. Lass mal pennen gehen. Hier beim Geralt, oder was? Ja, beim Geralt. Geh mal pennen. Da sind Monstern hier bei, ich kann nicht schlafen. Ha, ha, ha. Das ist, weil du den Kinder-Zombie geschlagen hast. Na, jetzt kommen die Eltern. Jetzt hassen die dich. Das ist mir egal. Ich hasse die auch. Hm. Wo ging's hier jetzt wieder hoch? Hier hinten. Nee. Doch. Da ging's doch zu fahren. Ja, da ist doch die Brücke, oder? Nee, wir müssen zur anderen Brücke. Achso. Zur Steinbrücke. Sicher? Sehr sicher. Da ging's. Bist du sicher? Ich bin immer sicher. Also, Leute, wenn wir jetzt failen, dann ist es seine Schuld. Aber du kannst eigentlich schon mal zurückgehen und schauen, ob sich das Ding dann öffnet. Das Tor da. Hm. Eigentlich. Ja, so spannend ist das jetzt auch nicht, dass ich da hochlaufe und dann einfach die Platte darstellt. Findest du? Ich find das voll spannend. So, ich hab geklickt. Oh ja, warte, ich muss die Kirsche latschen. Ups, das ist falsch. Da sind wir falsch. Wo war denn diese scheiß Kirsche da hinten? Das ist das größte Gebäude hier auf der ganzen Map. Hör auf, mich zu dissen, Alter. Das macht aber so schön Spaß. Hm, du mich auch. Ja, ist offen, kannst du kommen. Oh, ich bin so gut. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Karte 17. Ja, jemand muss mich ja ehren, wenn es auch immer ich selbst will. Ja, offenbar war hier eine Art U-Bahn, welche aber schon ziemlich heruntergekommen aussah. Es sah auch stark danach aus, dass einige Gleise kaputt waren. Oder dass das Holz, auf dem sie befestigt waren, durchgebrochen war. Dann mach mal die Ding wieder richtig. Was ist bitte ein Detektorail? Ich kann mich da nicht raus mit den Schienen. Ja, so ein Goldener, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich den hinsetzen soll. Ja, da, wo es kaputt ist. Ich brauche auch noch normale Schienen. Ja, setz mal so einen Goldenen auch hin. Hä, wie? Ah, ich habe ja Holzblöcke bekommen. Wunder, wie ich mir die Sklavenarbeit hier machen. Hm. Power Rail Redstone. Ich habe einen Redstone. Hm. Das hat es vollgebracht. Nein, geh mal weg. Hast du... Hast du alles repariert? Ja, guck mal, du musst da noch Redstone hin tun. Ich habe aber keine Fackel. Egal, trotzdem Redstone hin. Vielleicht hat der an der anderen Ende schon eine Fackel. Hier ist... Ah, hier ist eine Torche. Weiß nicht, wofür man hier die ganzen Torches braucht, aber... Keine Ahnung, falls es zu dunkel ist. Guck mal, es geht hier. Geh weg, ich bin überfahrt. Yay. Oh, habe ich gut geworfen. Oh, oh, Absicherung. Oh ja, ein Lava-Jump'n'Run. Das sind doch die allerliebsten. Besonders ich mache es voll. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich mache hier erstmal das Fleisch. Das ist hell. Wir können halt schlafen. Na, jetzt nochmal da jetzt. Vor allem verstehe ich nicht, wieso man so viele Fackeln braucht. Man braucht die einfach. Dann darfst du die hinterfragen. Ich hinterfrag das aber. So, jetzt mach mal die rechte Seite für mich bei der Truhe. Ah, ich habe ja Fire Resistance, aber jetzt bringt die was bei dem Lava? Durchbruch. Ich teste das dann einfach. Bist du dich deine Sachen irgendwo hinlegen? Ja, ich warte erst, bis das Fleisch gebraten ist und eigentlich wollte ich erst da pennen, weil ich fail da auf jeden Fall. Das sind auch noch normale Truhen, weil ich mache die alleine schon voll. Oh Gott, das wird so ein Fail, ne, Leute. Ich sage es euch jetzt schon. Erwartet nicht, dass ich das schaffe. Ja, du musst da einen Knopf drücken, auch noch. Ich weiß nicht, für was der ist. Ich fail schon, bei dem ersten Teil darüber zu springen. Ist das das Zeitding? Oh, geil, es ist auch noch mehr Zeit. Ernsthaft. Nein! Ah, ich habe die Fire Resistance Puzzle zum Glück. Schwimmen, Junge! Du kannst auch durch die Lava schwimmen. Ich habe dir auch noch Fire Resistance gesehen. Ich weiß. Dann schwimm doch einer. Eine Minute irgendwas. Okay, das packen wir, Leute. Oh Gott, wie langsam der schwimmt. Ich sterbe. Oh mein Gott. Ich bin gleich da. Ich werde sterben. Das ist ja Vollsinn des Spiels, da jetzt durch die Lava zu schwimmen, Alter. Ey, wenn sie uns die Dings geben, die Potions, die Fire Potions, müssen wir sie auch einsetzen. Oh Gott, ey. Wie lange hältst du noch? Schnell, schnell, schnell. Schnell. Oh, ich brenne immer noch, ey. Oh Gott. 39 Sekunden, Alter. Ich brenne immer noch. Ey, da sind meine Sachen drin. Shit, mein eines Rüstungsteil habe ich in die normale Kiste, anstatt sind die, egal. Fehlt mir halt ein Rüstungsteil. Ey, ich muss schnell raus, Mann. Ich brenne immer noch. Hier sind auch noch zwei Schalter. Welche ist der wichtige? Ja, alle, beide drücken. Wie, ich einfach immer noch brenne. Ja, aufgehört zu brennen. Hallo, hörst du jetzt mal auf zu brennen? Au, au, au. Au. Au, au, au. Oh, guck mal, was kann das denn aus? Oh, Kisten. Fleisch. Ich hab's... Wir sind schon wieder alles ausräubert. Ich hab dir Fleisch übrig gelassen. Ich hab ne Lederjaggen. Brauch ich ne Lederjaggen. Der hat Explosionsschutz. Hm. Ich bin vegan. So, 18 und 19. Warte, ich lese mal. Dieses war das Haus von Mr. Fuji. Er war ein sehr wohlhabender Mann. Man wusste, dass er aus Leidenschaft Endermänner züchtete. Und deswegen auch nicht sehr oft von den Menschen gesehen wurde. Als er aber eines Tages mit den Enderperlen experimentierte, verschwand er und wurde nie wieder gesehen. Weil Mr. Fuji schon alt war und in seinem Leben schon viele Endermans gezüchtet hatte, wusste man, dass er die Enderperlen in seinem Haus in insgesamt zwei Kisten versteckt hatte. Außerdem errichtete er sich einen Schlafplatz mit Schicht auf die Kirche. Ich denke mal mit Sicht auf die Kirche. Offenbar interessierte er sich für die Kirche besonders. Okay, also eine Kiste mit Enderperlen brauchen wir. Wir wissen nichts. Die goldene Mütze. Hier kann man einen Hebel draus setzen. Um welche Etage bist du? Ah, da gibt es ja mehrere. Keine Ahnung, ich bin jetzt auf der vorletzten. Auf der ganz oberen ist eine Aussicht. Mal schön nach oben gucken. Das war schon krass gebaut. Mhm. Du könntest nicht zu doof dafür. Ach, der kann auch rausgehen. Ach du Scheiße. Wo ist denn von hier aus die Kirche? Hier. Ah, ich hab was ge... Ne, hier ist ein Bett. Warte mal, ich muss mal die... Ding, Sichtfeld... Äh, Grafikeinstellung, Sichtweite. Wieso brauchst du die Kirche? Ah, wie das sich jetzt alles aufhängt. Hilfe. Was steht da? Mit Blick auf dem leuchtenden Kirchtum. Das Dach der Kirche scheint interessant zu sein. Oh Gott, bei mir spackt gerade alles rum. Ich glaube, ich muss kurz mal Minecraft mal starten. Nein, sie left the game. Alter, bei mir spackt alles rum gerade. Warum denn? Warum denn? Das sieht voll creepy aus. Mit Blick auf den leuchtenden Kirchtum. Das dachte ich, hier scheint interessant zu sein. Aber wie kommt man da hin, ist mir schon klar. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss den Server neu starten. Warum? Bei mir spackt gar nichts. Ja, bei mir schon. Das sieht voll scheiße aus. Halt die Sichtweite wieder klein. Hab ich gerade, aber das wird immer noch nicht besser. Geh mal kurz raus, ich mach mal kurz den Server neu. So, da bin ich wieder. Ich hab einen kurzen Cut gemacht, weil sich das ja alles voll aufgehängt hat. Kein Plan oder so. So, wo hast denn du das Bett und sowas gefunden? Aha, ich verstehe, was er meint. Was dann? Wenn man drüber schaut, dann ist ein Kirchturm leuchtet und da ist dieses Lapislazuli an dem Kirchturm, wo man halt Leitern dran bauen muss, um hochzukommen. Hast du Leitern? Ich hab zwei, hab ich noch. Aber das sieht mehr als zwei aus. Entweder hier sind noch irgendwo Leitern versteckt. Oder wir kommen erst später hin. Ja, aber wir haben ja auch die Kiste mit den Enderperlen nicht gefunden. Ja, die ist wahrscheinlich beim Kirchturm, glaube ich. Dann lass mal zum Kirchturm gehen, oder würde ich sagen? Aber das bringt uns ja nichts mit zwei Leitern. Ja, vielleicht braucht man nur zwei Leitern. Aber hier geht's noch weiter lang, oder nicht? Ich glaub nicht. Doch, hier kann man den Schalter hinsetzen. Nee, nicht da. Irgendwo war das, hier. Die goldene Mitte. Aber ich hab keinen Schalter und nix. Du auch, ne, aber? Aber, guck mal, wenn wir jetzt hier rausgehen. Können wir da nicht einfach zum Leuchtturm laufen? Ja, ich lauf bestimmt nicht mehr über das Jump'n'Run' Zeug. Nee, ich hier. Der Leuchtturm hier. Ja, aber wir müssen doch Kirchturm und nicht Leuchtturm. Wenn wir da nicht weiterkommen, was machen wir dann? Ja, kein Plan. Ja. Lass einfach mal hinlatschen, oder auf... Pennen, es waren da zwei Betten, ja, ne? Ja, da war ein Doppelblatt. Wie letzte Etage war das denn? Vorletzten, glaub ich. Wie es auch gar nichts gibt, ne, auf den Etagen, bei mir. Geht. Mhm. Jetzt geh mal nochmal ganz nach oben. Nee, das... Ich weiß nicht. Ups, ich hab aus Versehen die rote Wolle abgebaut. Ich darf aber, glaub ich, nur weiße Wolle abbauen. Ja, darf auch. Musst du wieder cheaten, ne? Ich bin schon im Bett. Mhm. Musst du immer. Ich muss immer cheaten. Bist du im Bett? Ja, bin ich. Ich kann gar nicht sein, was... Mal guck, da unten führt auch... Ah, da führt ein Weg lang. Geht jetzt einfach runter, ist mir scheißegal. Rutsch. Ja, warte halt mal. Creeper. Oh, das ist keine Schwertz, echt geil. Du musst dich natürlich wieder einmischen, ne? Das ist explodiert. Ja, den Weg sind wir doch gelaufen. Nee. Da hab ich nicht an den kleinen Park hier, Alter. Den kleinen... Oh, der hat ein Eye getroppt. Ja, hier. Und... Jetzt kommen wir jetzt zum großen Gebäude hin. Nee, lass erst mal zu der Kirsche hinlaufen. Und mal da gucken. Ah jo, da ist Lapislazuli. Aber wo soll man das hinbauen? Du musst erst mal irgendwie auf die Kirsche drauf... Drauf kommen. Hm. Hier! Oder? Nee, das kann nicht sein. Hm. Wie soll man da aber hochkommen? So, von hier aus kommt man ja nicht hoch, ne? Oder die Leiter gebaut hat das. Denke nicht. Ja, die müssen ja aufs Dach hochkommen. Keine Ahnung. Kann man auch erst später hin oder so. Durch in die fünf Geheimgänge und sowas. Oh. Hm. Wollen wir da mal zu dem Leuchtturm gehen? Na, wir können auch eh, glaube ich, mal alle solche abgrasen. Ich geh mal zu dem fetten Haus dahin. Wenn wir da nicht hin dürfen... Wir waren doch in allem in jedem Haus. Hier ist das ja mal die komische Burg, da die große. Wo bist denn du? Bei der Kirche hinten rausgegangen. Oh, du wieder, ne? Lass dich wieder abholen gehen. Ja. Ich geh aus der Kirche raus und geh ganz hinten zum Arsch der Kirche. Bin ich. Bist du gar nicht? Hier. Klar, hier, hallo. Dann kommst du. Kommst du, ey. Ich komm. Da kommen wir ja wahrscheinlich eh noch nicht rein, oder? Ne. Was steht da? Wie erscheint bist du hier zu früh. Dann auf zum Leuchtturm. Da sind auch Häuser. Guck mal. Auch nochmal so ein komplettes Dorf. Oh mein Gott, ist das komisch gebaut. Das ist einfach nur ein NPC-Dorf. Ich kann grad sagen. Meinst du, dass nichts irgendwie was tritt oder so? Ich hörste halt. Ich glaub eher, das ist ein ganz normales NPC-Dorf. Oh scheiße. Was? Oh fuck. Bin in den Brunnen reingesprungen. Ich seh nichts mehr. Und ich glaub hier unten. Oh Gott. Du kommst hier nicht mehr raus. Ich komm echt nicht mehr raus. Hilfe, Mann. Ah doch, ich bin draußen. Da ist noch der Leuchtturm. Sonst. Aber ich kann jetzt Getreide abbauen. Ich glaub ich zieh hier ein. Hier ist cool. Hier ist ein Enderman. Vielleicht hat der ja auch die Enderman-Familie gehoben. Die Enderman-Familie. Er ist aus Reidenschaft. Ja, mit Sicherheit in dem Schloss. Weil hier sind voll viele Enderman. Geh mal zu dem Leuchtturm. Ich hab jetzt grad hier ein bisschen Weizen abgebaut. Loll, da ist Wasser in der Luft. Hier ist alles nur Flute mit Wasser. Das so geplant war von denen. Ja, wo geh ich hier bitte lang? Über's Eis. Ich bin schon am Leuchtturm. Was steht da? Verlasse nicht die Wege. Ich bin irgendwo anders lang gelaufen. Loll. Da hinten ist eine Brücke. Guck mal, wie... Alter, was ist das? Hilfe, was ist das? Wo bist du? Mich kraftet uns ein Viech an. Ja, wo bist du? Ja, beim Leuchtturm. Ich bin beim Leuchtturm. Ich bin auch beim Leuchtturm. Du bist hier nicht. Ich bin da. Wo? Hier. Wo? Beim Schild bin ich. Da steht, wenn diese Tür verschlossen ist, bist du hier zu... Bist du hier zu früh. Naja, dann bist du hier wohl zu früh. Ihhh, was ist das? Keine Ahnung, ich hätte auch so ein Siegel oder so angegriffen. Ja, das ist bei der Version 1.8. Das ist hier irgendwo ist das Schloss. Also das Unterwasserschloss. Ja, wir müssen zur Kirsche. Aber hier ist noch ein Weg. Wie wir einfach nichts peilen, Alter. Wir peilen echt nichts. Alter, sind wir irgendwo hingeblieben. Ausgang. Hä? Lol. Jetzt einfach rein. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Wieso? Alter. Oh Gott. Wenn der Segel wieder so aufgetaucht ist. Ja, hier kann ich nichts abbauen. Hier irgendwo muss das Unterwasserschloss sein. Das ist bei Version 1.8 so. Weil wir spielen ja die Karte aus 1.8. Wir sind hier voll falsch, ne? Das ist schon klar. Weiß ich... Ja, jetzt hörst du auch noch zu. Aber wie kommt man da runter? Ja, kein Plan. Das ist bestimmt bei dem komischen Haus da. Ach, wenn man den Scheiter nicht betätigt. Aber wir haben keinen Scheiter gefunden. Ja, deswegen sind wir wahrscheinlich zur Kirsche. Aber wir haben ja keine Items bekommen in dem Scheißdingen. In dem Haus. Egal, dann lass mir mal zur Kirsche gehen. Ich geh mal zum Japsenhaus da hin. Äh, ich mein natürlich zum Asiatisch... 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 Zum Japsenhaus. Oh, ich kann nix abbauen. Du musst doch eh nix abbauen. Du hast doch eh nix abbauen. Mhm. Könntest mich ruhig ein bisschen bemitleiden. Als ob. Ja, danke. Bitte. So, ich bin jetzt noch mal in Japsenhaus. Was seid ihr im Japsenhaus drinnen? Gar nichts, einfach. Ja. Nur die zwei Karten. Sonst gar nichts. Nö. Wo halt der Hinweis war, dass du... Dass er halt irgendwas Besonderes mit der Kirsche hatte, weil er da immer hingeschaut hat. Wie schön, dass er da hingeschaut hat, aber wie man... Ja, ich vermute, dass es ein Hinweis, dass wir wegen Lapislazo-Lirrorischs haben. Oh, ich esse ja nix. Schalter hab ich noch gehalten. Rolle irgendwo am Tag. Das ist echt krass, ey. Ja, gehst du in zur Kirche, ha 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 ha. Die Leitern dürfen wir auch nicht mehr abbauen, oder? Die bei der Verwendung haben. Am Ende cheaten wir eh, dass ich jetzt schon komm. Ha ha ha. Meinst du? Ja, so wirklich. Ich kann nicht cheaten, ne? Du weißt schon, dass ich nicht in Game-Mod kann. Wieso? Ja, keine Ahnung, weil es halt nicht geht. Obwohl ich OP eingestellt bin. Bist du OP? Ja. Dann baue ich halt einfach die Leitern ab, die wir davor platziert haben, und gehe halt... Ja, aber das ist nicht richtiges Spielen, Alter. Wir wollen ein gutes Beispiel für die Zuschauer sein. Ach, die würden auch schon längst das anstellen, auch wenn's kein Netz zugeben würde. Quatsch. Natürlich. Wo geht's denn hier jetzt nochmal zurück zur Kirsche? Hä? Muss ich wissen. Boah, die Folge ist schon wieder 30 Minuten lang. Ich muss sie eh schneiden, weil du so ein Fell mit deinem Beinkopf hattest. Ähm, das wird's beenden. Ja. Also, Leute, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir da die Kirsche hochkommen, und dann melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.